Ja, schon vor meiner Bewerbung fand ich eigentlich die Kombination der Kernkompetenzen bei der EWE, also Strom, Telekommunikation und IT, super spannend, um zukünftige Probleme anzugehen. Und jetzt nach Beginn meiner Trainingzeit muss ich sagen, dass der Facettenreichtum an Aufgaben, Projekten und Abteilungen eigentlich noch wesentlich größer ist, als ich zunächst eingeschätzt hätte. Und deshalb kann ich das nur jedem empfehlen. Also für mich war es einfach die perfekte Möglichkeit, nach dem Studium zu schauen, was ist im Beruf überhaupt möglich. Und bei dem Trainee-Programm sehen wir einfach verschiedene Gesellschaften und Bereiche. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Weiterbildungen, die wir machen können, sowohl fachlich als auch persönlich. Ich würde mich wieder entscheiden, weil ich vorher was ganz anderes gemacht habe. Ich war vorher in der Tourismusbranche viele Jahre und habe dann auch da nebenberuflich studiert und wollte jetzt aber nochmal was Neues sehen, was anderes sehen und habe mich dann für das Trainee-Programm bei der EWE entschieden, weil es die perfekte Lösung ist, um nochmal einen Branchenwechsel zu machen und das auch eben nicht in jedem Unternehmen, in jedem Konzern so möglich ist. Und es hat mich sehr gefreut, dass das dann geklappt hat. Ich habe mich eigentlich aus zwei Gründen für die EWE und das Trainee-Programm entschieden. Der eine Grund ist eben, dass es einen super flexiblen Ablaufplan gibt, wo man sich verschiedenste Bereiche im EWE-Konzern anschauen kann und die sich auch vor allem selber aussuchen kann und mitentscheiden kann. Und zum anderen, dass man super Unterstützung mit Mentoren, Paten, Trainee-Buddies hat und da unterstützt wird. Und das sind die Gründe, wieso ich mich damals für die EWE entschieden habe und auch heute wieder entscheiden würde, weil es wirklich genau so ist, wie es versprochen wurde. Ich glaube, dass wenn ich eine Direkteinsteigerstelle besetze, dann wird ein Bedarf gesucht und letztendlich irgendwie eine Fähigkeit besetzt. Und bei einem Trainee-Programm wird ein Mensch gesucht von einem Unternehmen. Also ich finde, dieser Abgleichungsprozess ist mir viel sympathischer und ich muss sagen, dass ich seit meinem ersten Tag bei EWE jeden Tag als Mensch wahrgenommen werde und gefördert werde. Das gefällt mir super. Für mich war das Trainee-Programm der optimale Berufseinstieg, weil ich mich ausprobieren konnte und die Möglichkeit bekommen habe, EWE aktiv zu gestalten. Neben dem Durchlaufplan, den verschiedenen Stationen, schätze ich vor allen Dingen auch die Gemeinschaft unter den Trainees, wie sich Freundschaften entwickelt haben und wie wir uns gegenseitig unterstützen und Erfahrungen austauschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017